In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Differenzialgleichung erster Ordnung durch Substitution lösen kann. Von vornherein zwei kurze Hinweise. Um dieses Verfahren zu verstehen, muss euch die Lösung von Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen bekannt sein. Außerdem gibt es zwei Hauptarten von spezieller Differenzialgleichung, wo dieser Substitutionsansatz sinnvoll ist. Hier werden wir uns den sogenannten zweiten Typ anschauen, auch Ähnlichkeits-DGL genannt. Im Abspann findet ihr auch den ersten Typ bzw. auch Tutorials zur Lösung anderer Arten von Differenzialgleichung. Wie bereits erwähnt, es gibt zwei Typen von spezieller Differenzialgleichung, die für diesen Lösungsansatz geeignet sind. Typ 1 sieht wie folgt aus. Typ 2 so. Und ich glaube, vom Aufbau ist es ganz einfach voneinander zu unterscheiden. Wir werden uns in diesem Tutorial ausschließlich nur um Typ 2 kümmern. Also um das hier. Das sind die sogenannten Ähnlichkeits-Differenzialgleichungen. Wenn ihr noch eine Beispielaufgabe zu Typ 1 sucht, dann findet ihr das im Abspann. Bevor wir uns das Ganze sehr ausführlich anhand eines Beispiels anschauen werden, werde ich erstmal den Lösungsansatz mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Schritt 1. Natürlich den richtigen Typ von DGL erkennen und substituieren. Wir sind jetzt in diesem Fall hier. Und was wir an dieser Stelle substituieren, ist natürlich das Innere dieser Funktion f. Also dieses y durch x. Also wir ersetzen das y durch x durch einen u. Schritt Nummer 2. Dann folgt die Integration der Differenzialgleichung und Abhängigkeit von u. Natürlich durch Trennung der Variablen. Schritt Nummer 3. Rücksubstitution bzw. Resubstitution und das Auflösen der Gleichung nach y. Das bedeutet, wir kriegen die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung. Nur als Hinweis, für den Fall, dass ein Anfangsproblem vorliegt, also eine Zusatzbedingung, wird diese Bedingung benutzt, um die Lösung der Differenzialgleichung vollständig zu bestimmen. Damit meine ich einfach einen passenden Wert für diese Konstante c. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wie bereits gesagt, das erste Schritt ist zu substituieren. Allerdings können wir gar nicht substituieren, weil die Differenzialgleichung in die falsche Form ist. Also wir müssen sie in dieser Form bringen, wo y durch x steht. Das bedeutet, wir schnappen uns erstmal die Differenzialgleichung. Also y ist gleich 2x plus 3y durch x. Und zerlegen sie. Keine Sorge, das ist immer möglich, sonst wäre es nicht mit diesem Ansatz lösbar. Also wir haben hier einen großen Bruch. Das können wir aufteilen. Zwei Brüche. Erster Bruch würde dann lauten 2x durch x. Und das zweite Bruch wäre dann 3y durch x. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Hier kann man die x erkürzen. Das bedeutet, es bleibt letztendlich nur eine 2 stehen. Und diese 3 kann man nach vorne ziehen. Und dann haben wir 3 mal y durch x. Und jetzt haben wir die saubere Form. Und jetzt können wir beruhigt substituieren. Also wir setzen dieses y durch x durch ein u. Entsprechend schreibe ich dann hier an der Seite u ist gleich y durch x. Und was wir jetzt noch machen sollten, ist nach y umzuformen. Das bedeutet, ich multipliziere einfach hier mit x. Damit geht das x rüber. Und somit kriege ich für y einfach x mal u oder u mal x. Die Reihenfolge ist egal. So, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Ableitung y'. Und um die zu bekommen, müssen wir natürlich hier die Produktregel anwenden. Also allgemein hieß sie u' mal v plus u mal v'. Sollte euch bekannt vorkommen. x abgeleitet ist 1 mal u plus x abgeschrieben. Mal die Ableitung von u ist natürlich allgemein u'. Anders können wir es nicht ableiten. Und damit haben wir auch einen Ausdruck für y' rausbekommen. Und das setzen wir jetzt alles in unsere Differentialgleichung. Das bedeutet, wir setzen entsprechend das y' hier, das was wir oben rausbekommen haben. Also ich schreibe dann an dieser Stelle u plus x mal u'. Und auf der rechten Seite haben wir dann einfach ist gleich 2 plus 3u. Jetzt heißt es wieder, das Ganze so vorbereiten, dass man Trennung der Variablen durchführen kann. Das bedeutet, ich bringe erstmal dieses u hier auf der anderen Seite. Also ich habe hier entsprechend dann minus u. Und es bleibt nur noch übrig, x mal u' ist gleich 2. Und 3u minus u ist natürlich plus 2u. Jetzt sind wir schon bei unserem zweiten Schritt. Und zwar Integration der Differentialgleichung und Abhängigkeit von u durch Trennung der Variablen. Das bedeutet, wir schreiben erstmal dieses u' als du durch dx hin. Also entsprechend habe ich hier dann an dieser Stelle x du durch dx ist gleich 2 plus 2u. Und jetzt trennen wir wirklich die Variablen. Also alle u's auf der linken Seite, alle x'er und der x auf der rechten Seite. Ich fange mal so an. Ich multipliziere erstmal mit dx und teile gleichzeitig mit x und nochmal geteilt durch 2 plus 2u. Wie gesagt, wenn euch das zu viel auf einmal ist, dann macht ihr einzelne Schritte. Ihr könnt diese Schritte auch alle einzeln durchführen. Entsprechend haben wir dann praktisch 1 durch 2 plus 2u. Das ganze du ist gleich 1 durch x. Wir haben ja durch x geteilt, deshalb landet es unter dem Bruchstrich und dann dx hinten. Und jetzt sind wir soweit, dass wir auf beide Seiten integrieren. Also ich ergänze das Ganze hier durch ein Integralzeichen auf der linken und auf der rechten Seite. Und was wir natürlich brauchen, an dieser Stelle die Funktionen zu integrieren, beziehungsweise die Stammfunktionen zu bilden, ist natürlich die LN-Funktion. Deshalb rechts abgebildet zur Erinnerung die Regel, mit denen man die LN-Funktion als Stammfunktion benutzen kann. Probleme macht uns nur die linke Seite. Die Regel sagt, dass im Zähler die Ableitung des Nenners sein muss. Dieser Nenner hier abgeleitet ist 2 und im Zähler haben wir nur eine 1. Deshalb müssen wir das Ganze ein bisschen erweitern. Also ich nehme hier oben einfach mal 2, dann passt das Ganze. Aber diese Zahl muss ich auch neutralisieren. Deshalb muss ich nochmal mit 1,5 multiplizieren. Natürlich kann man Konstanten auch vor dem Integral ziehen. Deshalb kreise ich das wieder aus. Auf der rechten Seite passt alles. 1 ist die Ableitung von X. Deshalb können wir halt mit der rechts abgebildeten Formel alles integrieren. Und entsprechend haben wir dann 1,5 mal LN im Betrag 2 plus 2U. Betragsstriche zur Erinnerung. Wir müssen gewährleisten, dass der Term in dem Logarithmus positiv ist. Und natürlich plus irgendeine Konstante. Ich nenne sie jetzt einfach mal C1. Und auf der rechten Seite, so ähnlich, haben wir dann nur LN im Betrag X plus eine weitere Konstante C2. Jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen zu trennen. Also diese Terme frei zu bekommen. Dafür bringe ich erstmal C1 auf die andere Seite mit minus C1. Und gleichzeitig will ich auch dieses 1,5 hier loswerden. Deshalb das Ganze nochmal mal 2. Wenn euch das wieder zu viel ist auf einmal, einzelne Schritte, dann gibt es keine Probleme. Also wir haben dann auf der linken Seite nur noch LN von 2 plus 2U. Und auf der rechten Seite habe ich das Ganze mal 2 genommen. Deshalb steht hier 2LN von X und entsprechend plus 2 mal, Klammer auf, C2 minus C1. Das hier mit den Konstanten hinten sieht ein bisschen hässlich aus. Deshalb können wir das Ganze auch vereinfachen, weil es nur Konstanten sind, können wir sie zusammenfassen zu einer neuen Konstanten, die wir an dieser Stelle C3 bezeichnen. Und dann haben wir eine kompaktere Gleichung und die lautet LN von 2 plus 2U ist gleich 2LN von X plus C3. Ich habe jetzt hier die Gleichung nochmal sauber übernommen. Und natürlich ist unser Ziel, in dieser Gleichung nach U umzuformen. Das bedeutet, wir müssen die LN-Funktion wegbekommen. Und das kann man natürlich nur, indem man das Ganze exponiert. Also ich ziehe so hier einen Strich hinten und sage EXP, Abkürzung für Exponieren. Das bedeutet, auf beide Seiten schreiben wir die Termine in E-Hochform. Wir haben dann E hoch LN von 2 plus 2U ist das gleiche wie E hoch 2LN von X und plus dieser C3-Geschichte. So, jetzt geht es darum, wie wir diese Terme vereinfachen. Dafür brauchen wir eine hoffentlich altbekannte Regel. Die habe ich hier rechts eingeblendet. Es geht darum, dass E und LN sich gegenseitig aufheben. Und die heben sich nach dieser Regel hier auf. Das versuchen wir erstmal auf unseren linken Term anzuwenden. Das bedeutet, A ist in diesem Fall eine 1, die hier vorne unsichtbar ist. Deshalb, das einzige, was übrig bleibt hier aus der ganzen Geschichte, ist 2 plus 2U. Auf der rechten Seite müssen wir davor noch ein bisschen zerlegen. Also ich zerlege das Ganze in E hoch 2LN von X mal E hoch C hoch 3. Dieses E hoch C hoch 3 ist wieder eine Konstante. Und das werde ich beim nächsten Schritt mit einer neuen Konstante ersetzen. Und zwar mit einem C4 abgekürzt. Und dieses E-Term vorne kann man wieder nach der Regel umformen. Entsprechend haben wir dann beim nächsten Schritt 2 plus 2U. Ist das gleiche wie X hoch 2 mal C4. Selbstverständlich jetzt das Ziel nach U umzuformen. Also wir bringen erstmal die 2 rüber. Mit minus 2. Dann haben wir 2U. Sind dann C4, ich schreibe die Konstante nach vorne. X Quadrat minus 2. Und dann teilen wir noch das Ganze durch 2. Entsprechend haben wir dann U. ist gleich 1 halb C4 mal X Quadrat. Und minus 2 geteiligt 2 ist natürlich minus 1. Und selbstverständlich wollen wir das Ganze noch kompakter darstellen. Aus diesem Grund setze ich diesen 1 halb C4, was eigentlich wieder nur eine Zahl ist, mit einer neuen endgültigen Konstante. und zwar C. Dann sieht das Ganze noch schöner aus. U ist gleich dann C, X Quadrat und minus 1. Wobei dieser Konstante C, beziehungsweise alle Konstanten, kann man abkürzen und definieren als Element von R. Also ihr seht, dieser Umgang mit den Konstanten ist sehr wichtig. Dadurch können wir sehr hässliche Terme schöner darstellen. Endlich sind wir bei unserem letzten Schritt angekommen, und zwar die Rück- oder Rest-Substitution. Da müssen wir uns nur erinnern, was wir bereits alles benutzt haben. Also durch unsere Substitution haben wir herausgefunden, dass Y gleich X mal U war. Und gerade haben wir diesen Term für U rausbekommen. Das bedeutet, wir ersetzen einfach das U hier in unserer Substitution durch das, was wir für U hier rausbekommen haben. Und dadurch kriegen wir die sogenannte allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Also das bedeutet für uns, ich schreibe das nochmal sauber hin, Y ist dann X mal und statt U setze ich in Klammer C mal X Quadrat minus 1 und selbstverständlich können wir noch diese Klammer auflösen. Und dann haben wir C mal X auf 3 minus X. Also das wäre die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Und für den Fall, dass wir noch ein Anfangsproblem hätten, dann können wir diese Bedienung nutzen, um einen passenden Wert für C zu bestimmen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch nützlich sein könnten. Ihr habt bereits gemerkt, um diese Art von Differentialgleichung zu lösen, müsst ihr das Lösen von Differentialgleichung durch Trennung der Variablen können. Dann natürlich gibt es noch andere Arten von Differentialgleichung, wie zum Beispiel homogene Differentialgleichung in der Ordnung mit, beziehungsweise ohne konstanten Koeffizienten, dann lineare inhomogene Differentialgleichung in der Ordnung mit oder ohne konstanten Koeffizienten und andere Lösungsansätze wie Variation der Konstanten oder explizite Differentialgleichung erster Ordnung. Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Differentialgleichung Differentialgleichung Differentialgleichung